Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie alle da sind zu unserer Abschlusspressekonferenz, unserer Klausur der CSU im Deutschen Bundestag hier in See und im Jahr 2023. Ich freue mich, dass wir zum Abschluss dieser Klausur einen lieben Freund begrüßen können, den Ministerpräsidenten aus Hessen, Boris Rhein. Lieber Boris, es ist toll, dass du die Gelegenheit wahrgenommen hast, hier zu uns zu kommen, mit uns zu diskutieren und die Herausforderungen, die es in diesem Jahr gibt, zu besprechen. Die Botschaft hier ist klar, CDU und CSU, wir stehen zusammen. Wir werden gemeinsam die Herausforderungen annehmen, in diesem Jahr uns mit der Ampel auseinanderzusetzen. Es wird ein Jahr, in dem sich zeigen wird, wie mit dem Ampelchaos auch abgerechnet wird. Es wird ein Jahr der Entscheidung über das Ampelchaos werden, im Herbst dieses Jahres mit zwei wichtigen Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Für uns ist klar, dass wir für Kompromiss, aber für Kante und Kurs stehen, gleichermaßen. Und das ist unser Gegenmodell zum Ampelchaos. Ich freue mich, dass wir uns intensiv auch über die inhaltlichen Thematiken ausgetauscht haben, die in diesem Jahr nochmal von besonderer Bedeutung sein werden. Wir haben die außenpolitische Lage erörtert, aber auch die innenpolitische Lage nochmal erörtert und an allen Stellen festgestellt, dass wir eine hundertprozentige Übereinstimmung haben. Von daher, das Team CDU und CSU steht und ist der Herausforderer gegenüber dem Ampelchaos. Bitte, Boris. Ja, ich will auch ein herzliches Willkommen sagen. Ich freue mich, dass wir uns heute hier sehen. Ich will aber auch ein ausdrückliches Dankeschön sagen an Alexander Dobrindt, an die CSU-Landesgruppe und an das ganze Team für die Einladung, aber auch für die Gelegenheit, hier miteinander zu diskutieren. Das ist ein sehr wichtiges und starkes Zeichen, denn Hessen und Bayern haben traditionell ein sehr enges Verhältnis. Hessen und Bayern sind Länder, die sehr ähnlich sind. Wir sind starke Wirtschaftsländer, wir haben eine starke Industrie, wir sind starke Kulturländer, wir sind Wissenschaftsländer und Forschungsländer und deswegen ist es natürlich richtig und wichtig und gut, wenn wir stärker zusammenarbeiten, aber insbesondere auch, wenn natürlich CDU Hessen und CSU Bayern zusammenarbeiten und zusammenstehen. Wir wissen sehr genau, dass die Union immer dann stark ist, wenn sie miteinander arbeitet und gemeinsam arbeitet und zusammensteht. Und insoweit ist es auch ein sehr starkes Signal, was hier von Serun ausgeht. CDU und CSU sind eng beieinander. CDU Hessen und CSU Bayern sind auch, ich sage mal, atmosphärisch sehr nah beieinander. Ich habe das eben gesagt hier, mir liegt diese Haltung, diese typische CSU-Haltung, liegt mir sehr nahe. Ich habe eine große Bewunderung dafür, wie hier die Dinge organisiert werden, wie dieses Land regiert wird, wie die CSU sich hier positioniert als eine sehr moderne Volkspartei mit einem mitfühlenden Konservatismus und als eine Volkspartei, die eben halt wirklich bei den Menschen, bei den Leuten ist. Das ist ein typisches CDU-Markenzeichen und genauso machen wir das auch in Hessen. Auch schon deswegen passen wir sehr gut zusammen. Ich bin sehr froh über die Diskussion, die wir gerade geführt haben, weil wir sehr viele wichtige Themen angesprochen haben, die natürlich in diesem Wahljahr, was in Hessen und in Bayern stattfindet, von einer besonderen Tragweite sein werden. Das ist beispielsweise das Thema alles um den Ukraine-Krieg und um die Energiekrise. Und wir haben lange gesprochen, auch mit der Ministerpräsidentin aus Moldau, über das Thema, wie die Bewältigung dieses Krieges nun ist und wie die Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer ist. Weil uns allen sehr wohl bewusst ist, in der Ukraine wird auch Frieden und Freiheit in ganz Europa verteidigt. Das ist die Dimension dieses Krieges. Und es hat viel zu lange gedauert, bis diese Bundesregierung einmal wieder das Richtige getan hat. Sie hat gezögert, sie hat gezaudert. Jetzt kommen erst Marder. Das ist gut, dass Marder kommen. Aber Marder werden möglicherweise dazu führen, dass man die russische Armee stellen kann. Aus der Ukraine wird man die russische Armee nur mit Leoparden vertreiben können. Wir brauchen eine Lieferung von Kampfpanzern. Die Bundesregierung muss sich endlich dazu durchringen und nicht wiedergetrieben von anderen, sondern sie muss jetzt Schritte vorangehen. Das ist unsere Positionierung, was das betrifft. Und ansonsten haben wir natürlich ein weiteres wichtiges Thema besprochen, dass allen Bürgerinnen und Bürgern gerade Familien auf den Nägeln brennt. Das ist die Frage der Verfügbarkeit von Arzneimitteln für Kinder. Es kann nicht sein, dass in Deutschland Kinder nicht die Möglichkeit haben, an Hustensaft und andere Medikamente zu gelangen. Wir fordern den Bundesgesundheitsminister auf, einen Kindergesundheitsgipfel einzuberufen, gemeinsam mit der Pharmaindustrie, gemeinsam mit den Ländern, um die Situation in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger und ein notwendiger Schritt, den die Bundesregierung vornehmen muss. Und ansonsten haben wir sehr viele andere Positionierungen hier miteinander diskutiert, die uns einen und haben festgestellt, dass das Ampelgehampel in Berlin unserem Land nicht gut tut. Es schadet insbesondere auch der Wirtschaftskraft unseres Landes. Und insoweit braucht es ein starkes Korrektiv aus den Ländern. Und deswegen ist es gut, wenn man so zusammenarbeitet, wie wir das tun, freundschaftlich, entschlossen und einig. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir das so miteinander halten. Vielen Dank. Es ist in der Tat ein Unding, dass Medikamente für Kinder in Apotheken teilweise nicht erhältlich sind. Das ist eine dringende Aufgabe, sich darum zu kümmern. Die Arztpraxen voll sind und erkennbar, dass auch noch anhalt. Und deswegen die dringendste Aufforderung an den Gesundheitsminister, diesen Kindergesundheitsgipfel durchzuführen. Kinder statt Cannabis, das wäre der Auftrag für Lauterbach an der Stelle. Darum wäre es wichtiger, sich zu kümmern, als auf seine anderen abwegigen Gedanken zu kommen.